Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Samstag, heute ist der 13. April 2024 und es ist ein schöner Tag. Früh, aber ganz gut und ich bin wach und einigermaßen fit. Bin gestern, ich glaube gegen 11, eingeschlafen und bin jetzt bereit für den Tag. Tag, draußen zwitschern schon die Vögel, heute wären es bis 20 Grad, sowohl in Berlin als auch Dresden und Koffer ist gepackt, ich latsche gleich los und dann schauen wir mal, wie voll der Nahverkehr wird. Ich fahre erst mit dem RE und dann mit der RB, umgedreht morgen fahre ich erst mit der RB und dann mit dem RE. Fahrzeit 3 Stunden 15 Minuten vor Umme, Nahverkehr, Deutschlandticket, muss ich ja mal nutzen. Ich hätte auch mit IC fahren können, dann zahle ich aktuell, weil es ja so kurzfristig ist, irgendwie 40 Euro pro Strecke, aber im Schnitt bist du so bei 20, also 40 Euro hin und zurück oder 80 Euro hin und zurück. Und ich fahre halt, wie gesagt, mit dem Deutschlandticket und gut, das fahre ich halt eine Stunde länger, sonst würdest du, wie gesagt, etwas um die 2 Stunden, vielleicht sogar ein bisschen weniger brauchen. Aber wir haben ja Zeit und ja, sind entspannt. Hier, die Sonne scheint auf meine Schulter von da draußen, die reflektiert sich da gerade in einem Fenster, einem Gebäude gegenüber. Ja, ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt ein schönes Wochenende und ihr kommt ohne die Streams aus, die natürlich jetzt ausfallen. Aber er wird schon irgendwo einen Ort finden, wo er sich mitteilen kann. Ja, ich freue mich auf Dresden und wir spielen heute Magic. Ich habe sechs, ne, fünf Magic-Decks eingepackt, jeweils in einer Farbe, in weiß, grün, blau, rot und schwarz. Und dann bringen wir dem Buff heute das Magic-Spielen bei. Mal gucken, ob er Spaß dran hat, Freude hat oder ob er nach einer Runde sagt, äh, geh mir weg, lass mal, lass uns lieber Unstable Unicorn spielen. Schauen wir mal, wer weiß das schon. Jo, mhm, mhm, mhm. Was zu trinken darf ich nicht vergessen und dann lade ich mal rüber zum Potzmerplatz. Von dort aus fährt der Zug nicht überhaupt noch, sondern am Potzmerplatz und zurückzukomme ich auch am Potzmerplatz wieder an. Bestens. Wum, 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 sozusagen. Gut, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns morgen aus Out of the Hotel in Dresden und habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende, lasst euch nicht ärgern. Bis dann, tschüss.